Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt. Die Kalenderwoche 32 haben wir bereits und wie immer vorneweg die BTL. Lasst uns einen Kommentar da, lasst uns einen Daumen hoch und das Wichtigste, lasst uns ein Abo da, damit ihr keine News verpasst und gleichzeitig würdigt ihr damit meine beziehungsweise unsere Arbeit. Ja, bevor wir jetzt nachher gleich in die Sommerpause gehen nach dieser Folge, aber wir haben da noch was ganz Spannendes für euch geplant, bleibt auf diesem Kanal. Jeden Dienstag gibt es dann hier ein Sommergespräch mit einem wirklich, wirklich sehr, sehr spannenden und interessanten Gast. Nicht nur hier auf YouTube oder auf Spotify oder auf Google Podcast, wo ihr es hört, nein, auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Kommen wir nun zu den Nachrichten und diese Nachrichten waren auch diese Woche schon wieder geprägt von äußerster Brutalität, doch diesmal nicht wie vergangene Woche gegen oder durch Sicherheitskräfte, sondern diese Woche gegen Sicherheitskräfte und zwar Geld- und Wehrtransport. Ja, Überfälle auf Geld- und Wehrtransporter sind offenbar wieder der neueste Scheiß auf gut Deutsch. Denn begonnen hat es mit einem Überfall hier in Berlin am Hermannplatz und zwar dort auf eine Postbank-Filiale in einer Galeria Kaufhof Karstadt. Ich weiß nicht, wie die jetzt inzwischen alle heißen, ähm, Filiale. Jedenfalls haben vier Männer versucht, während des Befüllen des Geldautomatens den Geldtransporteur dort zu überfallen und ihm die Kassette zu entreißen. Dabei setzten, nachdem das schiefgegangen ist, die Täter tatsächlich auch Reizgas ein und so wurden mindestens zwölf Mitarbeiter verletzt. Ja, Reizgas eingesetzt ist das eine, auch das ist absolut nicht legitim. Es eskalierte aber tatsächlich noch einen Tick weiter, nämlich am 4. August. Und dort kam es zu einem Überfall auf eine Geld-Filiale der Berliner Volksbank. Und dort, die Ermittler sind sich tatsächlich noch nicht einig, ob es tatsächlich Zufall war ob es unkoordiniert war oder ob es soweit geplant war. Dort hatten die Täter, die dort in diese Filiale einbrechen wollten, tatsächlich ein Fahrzeug umgerüstet zu einem Rambock bzw. mit einem Rambock versehen. Offensichtlich wollten sie durch die Wand direkt in die Filiale hineinbrechen. Sie sind dort offensichtlich gestört worden, nämlich von einem Servicefahrzeug bzw. von Geld- und Werttransporteuren, die mit einem Servicefahrzeug vor Ort waren. Offensichtlich dann doch zufälligerweise die dann diesen Coup vereitelten und offensichtlich die Täter so in ihrer Handlung störten bzw. Fluchtwege verstellten, dass es zu einer Schießerei kam. Und das ist, glaube ich, ein Level, was wir, ja, das, glaube ich, das kennen wir aus der Neuzeit tatsächlich nicht mehr wirklich im Geld- und Werttransport. Einsatz von Reizgas, ja, passiert immer wieder. Immer wieder ist übertrieben gesagt. Ich meine, die Statistik ist ja in den letzten Jahren zumindest rücklaufend gewesen. Aber körperliche Gewalt, das Versuchen des Entreißens, das Mitreingehen in den Transporter. Tatsächlich ist dieser Fall, der dann in Berlin-Charlottenburg an der Filiale der Berliner Volkswagen passiert, eine Eskalation einer Art und Weise, die tatsächlich hier aufschrecken lässt. Das heißt, vor allem die Täter waren auch hier erfolglos gewesen, hatten aber einen ganz cleveren, ausgeklügelten Fluchtplan. Und zwar haben sie einen weiteren Komplexen abgestellt auf der A100, der in einer Haltebucht stand. Und von dort sind sie dann geflüchtet, trotz schnell eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen. Ja, die Polizei prüft derzeit, weil dieses Fluchtfahrzeug, das in dieser Haltebucht auf der A100 stand, dann in der Nacht vom 5. auf den 8. August in Berlin-Britz ausgebrannt ist. Man muss dazu sagen, wer Berlin-Britz, Berlin-Neukölln, Klenk, das kennt, das ist eine Nähe zu einer Clanfamilie. Die Polizei prüft derzeit hier einen Zusammenhang, ob die Täter zu dem Clan-Milieu gehören. Weiterhin gehen die Ermittler derzeit insgesamt von fünf Täter aus, vier direkt an der Band und einer dort, der an der Haltebucht auf der A100 stand. Überfall ist ein ganz gutes Stichwort. Es war ja groß angekündigt gewesen. Grünes Gewölbe, Bode-Museum, viele kleine einzelne Museen, die davon betroffen waren, von Einbrüchen bzw. von Kriminalität. Und die Kultusminister bzw. die Einzelnen haben gesagt, jetzt müssen wir was machen, jetzt müssen wir für Museumssicherheit sorgen, jetzt müssen wir hier wirklich was uns weiterentwickeln. Bei Sicherheitskonzepten, ja, die Technik hat sich entwickelt in den vergangenen Jahren, aber wir haben es ja beispielsweise im grünen Gewölbe gesehen. Ja, 2018 gab es schon die Idee, dass man mal vielleicht die Überwachungskamera austauschen sollte, defekte Technik ergänzen sollte. Bode-Museum, ihr erinnert euch sicherlich daran, ein Melder an einem Fenster, das sehr nah an der S-Bahnstrecke zum Hackischen Markt war, seit Jahren defekt gewesen. Also Technik existiert, Technik kommt aber nicht so zum Einsatz, wie sie es zielführend sein sollte. Naja, und jetzt haben sich die Museumsverantwortlichen in einer gemeinsamen Konferenz dazu geeinigt und zwar dafür, natürlich, für Sicherheit soll es mehr Geld geben, Standardmaßnahme. Die große Frage ist, wann wird das Geld wieder zurückgeschraubt und der zweite Aspekt ist, man möchte mehr Personal einsetzen. Da frage ich mich an dieser Stelle mal wieder, hat man denn nicht diese Fälle, die dort passiert sind? Und hat festgestellt, weder die Technik im Kern war das Problem gewesen, nicht im Bode-Museum und auch nicht im grünen Gewölbe in Dresden. Auch nicht das Personal oder die Personalstärke war das Problem gewesen bei diesen beiden Museumseinbrüchen. Nein, auf der einen Seite war es ein organisatorisches Versagen im Bode-Museum. Wenn ein Melder tatsächlich über Monate, über Jahre nicht funktionsfähig ist und damit ein Schlupfloch bietet und der zweite Aspekt war und sowohl im Bode-Museum als auch im grünen Gewölbe wird gegen Mitarbeiter ermittelt, zumindest noch im grünen Gewölbe. Im Bode-Museum, habt ihr es sicherlich mitbekommen, ist tatsächlich ein Täter verurteilt worden als Mitglied dieses Überfalls bzw. Mitglied dieses Einbruchsdiebstahls. Und darüber gibt es kein Wort, da gibt es kein Wort dazu. Man möchte eine Bewaffnung ablehnen, bin ich auch dafür, wir brauchen keine bewaffneten Sicherheitskräfte in den Museen. Aber, ähm, ja, also man möchte internationale Vernetzung, man möchte Taschenkontrollen mal prüfen. Aber Leute, das ist nicht das Problem gewesen. Das war nicht das Problem bei diesen beiden Crews, sondern es war das Problem eines organisatorischen Versagens und eines Versagens des Backgroundchecks, der Möglichkeit, dass sich Täter einschleichen können und praktisch den zukünftigen Täter, den eigentlichen Täter, Insiderwissen zur Verfügung stellen kann. Darüber müssen wir mal an dieser Stelle diskutieren. Mehr Geld ist wichtig, aber offensichtlich, und das sage ich jetzt mal hier sehr, sehr deutlich, offensichtlich hat sich keiner damit beschäftigt mit dieser Tatanalyse, um festzustellen, was denn die eigentlichen Probleme sind. Man haut da ein paar Standardmaßnahmen raus und das Ding ist gelutscht. Apropos Standardmaßnahmen, Standardmaßnahme ist auch, und was lange wert wird, gut, wir wissen es nicht. Aber am zukünftigen Hauptstadtflughafen BER Berlin-Brandenburg ist seit vergangener Woche Dienstag ein weiterer großer Schritt hin zur Eröffnung gestartet. Und zwar startet man jetzt mit dem Cleaning des Luftsicherheitsbereichs. Zehn Tage soll das andauern, sodass man klar die Grenze und die Trennung zwischen Clean- und Ancleanbereich haben wird. Und es kommt Bundespolizei zum Einsatz, es kommen private Sicherheitskräfte zum Einsatz, sodass man tatsächlich zukünftig den endgültigen Sicherheitsbereich deutlich abgrenzen kann und somit die rechtlichen Regularien und Anforderungen erfüllt. Wir schauen mal, was da kommt. Was da kommt, auch wieder ein gutes Stichwort für eine Überleitung. Und zwar war ja das Geschrei groß. Nach Corona, die Sicherheit, oder nach Corona ist falsch an dieser Stelle. Wir sind ja mitten noch in Corona, aber ich sag mal, nach der ersten großen Welle. Wir private Sicherheitskräfte, wir sind systemrelevant. Wir gehören dazu und wer einer stellt die Frage, was macht denn der Ladendetektiv in Teddy, welche Rolle hat er denn in seiner Systemrelevanz? Und wer jemand fragt, so wie ich, zu sagen, naja, dort, wo Sicherheitskräfte bei systemrelevanten Bereichen, Unternehmen, Betrieben zum Einsatz gekommen sind, da war doch sowieso gar nicht die Frage, ob die Sicherheitskräfte systemrelevant sind oder nicht. Die sind anerkannt worden in diesem direkten Zusammenhang und das führte zu keinerlei Problemen. Ja, die Sicherheitsbranche möchte sich das nächste Siegel, den nächsten Stempel aufdrücken. Kleiner, kleiner Blick mal Richtung in den Einzelhandel, der sich da lohnt. Denn systemrelevant zu sein, bedeutet noch lange nicht die Verantwortung und die Bedeutung zur Relation zum Lohn. Denn im Einzelhandel sieht man, trotzdem, dass Einzelhändler tatsächlich beklatscht wurden, tatsächlich gelobt wurden, als die Helden des Eintags besehen wurden, sind deren Löhne in den vergangenen Jahren extrem im Reallohn gesunken. Denn der Inflationsausgleich hat nicht stattgefunden. Und bei uns kommt noch ein weiterer Infekt. Die Qualifikationsanforderungen sollen ja nicht gesteigert werden. Denn Seehofer sagt, ja, er will mehr, wir müssen mal gucken, was da kommt. Aber der BDSW betreibt eine Strategie seit Jahren, in dem es darum geht, nicht die Qualifikationsanforderungen anzuheben, sondern Masse statt Klasse. Also von daher, klatschen ist gut, Systemrelevanz meinetwegen. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass sich irgendwas verändert, sondern es kommt viel mehr Verantwortung dazu, zu gleichem Lohn, gleichen Arbeitsbedingungen, gleichen Qualifikationsstandards. Ganz kurzes Update zu vergangener Woche. Ich habe da auch über NSU 2.0 und der Festnahme in Landshut berichtet, eines ehemaligen Polizeibeamten und seiner Ehefrau. Die Zelle ist offensichtlich nicht aufgebrochen. Das war ja ein bisschen das, was ich letzte Woche gesagt habe. Wir müssen da mal gucken, was da passiert. Denn unter dem Kürzel NSU 2.0 werden weiter Drohm-Mails versendet. Auch Anfang Juli, Ende Juli, Anfang August. Das wird ganz, ganz spannend, was da noch passiert. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass wir hier nicht über eine organisierte Zelle reden, über ein organisiertes Netzwerk, sondern von Personen, die sich da berufen fühlen, genauso wie die Trolle, die wir auf Facebook kennen, in Twitter und überall anders, die meinen, sich gegenseitig zu unterstützen, um das eigentliche Ziel zu verfolgen. Ich glaube, da sind wir auch ganz, ganz nah an der Realität bei dem, was passiert. Dort, wo es interessant wird, ist, wie kommen die Adressdaten, die ja offensichtlich aus dem Polizeidatensystem rausgeholt werden, an diejenigen, die nachher die Mails versenden. Gibt es da, man kennt das ja aus Kreditkartenbetrügereien, beziehungsweise Datenabschöpfung oder ähnliches. Ob es, also im Playstation war betroffen gewesen, etc. Ob es da nicht irgendwo Zugriffsmöglichkeiten auf entsprechende Datenbanken gibt oder nicht. Das ist natürlich alles an dieser Stelle Spekulation, aber man sollte sich jetzt nicht darauf ausruhen, dass hier tatsächlich jetzt ein Erfolg durch eine Festnahme erfolgt ist. Zum Schluss ganz kurz. Berlin möchte jetzt, ich habe darüber berichtet, Brandenburg ist Vorreiter, möchte eine Sicherheitsüberprüfung für den öffentlichen Dienst durchführen. Horst Seehofer hat sich immer noch nicht zurückgemeldet, was er denn eigentlich haben möchte, beziehungsweise hat er ja gemacht, er bleibt bei seinem Statement dabei. Aber der Berliner Innensenator hat einen Elf-Punkte-Plan und interessanterweise unterstützt durch die Gewerkschaft der Polizei, GDP, als Konzept zur internen Vorbeugung und Bekämpfung von möglichen extremistischen Tendenzen vorgestellt. Und diese elf Punkte umfassen unter anderem die Erweiterung der Zuverlässigkeitsüberprüfung ein bisschen in die Richtung, das, was Brandenburg vorgemacht hat, nämlich auch vor Einstellung und dann in regelmäßigen Turnus zu überprüfen, wie der Bewerber beziehungsweise sich die Weiterentwicklung, die Perspektive, die Stand zur, oder die Einstellung zur demokratischen, freiheitlichen Grundrechte, demokratischen Ordnung sich entwickelt hat. Disziplinarrecht soll ein bisschen transparenter werden, Verfassungsschutz soll weiter tätig werden, auch intensiver tätig werden. Wir haben einen kringen Extremismusbeauftragten bei der Polizei, ein anonymes Hinweisgebersystem und Stärkung zur Bereitschaft der Umfeldveränderung ist ganz interessant, nämlich auch zu diesen Thematik, dass wir ja immer wieder hochbelastete Einsatzgebiete haben, wo man vielleicht möglicherweise in eine gewisse Tendenz, und das soll hier an dieser Stelle auch gar nicht abwertend sein, wenn ich immer wieder mit bestimmten Klientel zu tun habe, mit bestimmten Strukturen zu tun habe, aber feststelle, wie wenig eigentlich ich Möglichkeit habe oder sehe, wie der Staat es nicht schafft, dort durchzugreifen, dann sollte ich auch regelmäßig das Umfeld verändern, um vielleicht an anderen Stellen festzustellen, dass unser Staat nicht schwach ist, beziehungsweise dass unser Staat an anderen Stellen durchgreifen kann. Aus- und Fortbildung ist ein Thema und es soll eine Studie zu Erstellungsmustern und Wertvorstellungen unter Mitarbeitern der Berliner Polizei geben. Das war es an dieser Stelle von den Security News dieser Woche. Wie gesagt, wir begeben uns ab heute dann in die Sommerpause, aber das bedeutet noch lange nicht, dass wir euch hier nicht mit ausreichend Content füttern. Ich habe es angedeutet, die Sommergespräche starten ab kommende Woche Dienstag mit ganz, ganz spannenden Gästen. Ich will da noch gar nicht zu viel verraten, aber ich konnte hier echte Korrifien gewinnen und auch ganz spannende Menschen und spannende Funktionen. In diesem Sinne, kommt gut durch den Sommer, trinkt viel in dieser Hitze, bleibt gesund, kühlt euch ab und zu ab und denkt dran, auch wenn es andere vormachen, Corona ist nicht vorbei. Denkt an eure Sicherheit, denkt an die Sicherheit eurer Lieben und der Mitmenschen und haltet euch an die Regeln. Schönen Sommer, bis in zwei, drei oder vier Wochen. Euer Sicherheitsphilosoph.